Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Papers, Please! Jetzt gerade im Menü, denn ja, es sind eigentlich drei Folgen aufgenommen, um es mal zu spielen. Wie man hier sieht, die sind eigentlich Tag 11 schon. Aber Fraps ist abgestürzt. Hochinger Korlache ist als Arzt, als Geschäftspion. Als Mist gemeldet wahrscheinlich tot. Ja, die Sache ist natürlich... Ähm... Das heißt natürlich, Fraps ist abgestürzt, bzw. hat er bei Faxen gemacht. Deswegen ist dann die Folge, die ich aufgenommen hatte, kaputt gegangen. Verloren. Und da hatte ich die ganzen Dinger hier aufgenommen. 1. September 1982. Mehr als zu später am heutigen Tag. Ja, also... Na, wir, äh... Wir operieren und ergänzen uns die Informationen zu Tarnbomben. Das hält die ganzen Schatz in Dezember mit angeboten. Mehr als zu später am heutigen Tag. Ähm... Das müsste die Folge, die... ...gefreit sein. Hi. Ach ja, genau. Hi. Bist du Spion? Hi, Evan. Hi, Evan. Hi, Evan. Hi, Evan. Wieowny, Rex. Ich hab eine Ruhe gekriege mit. Ich krieg einen Paar guten Pfosten. Wenn ich hier her kirche, schenk mir... es ist der der lange... uar... hier ist er nicht so gut im nächsten Jungen. Jetzt genau so. Hi, Evan. Du kriegst er gut. Hast du sie. Ach, ich... Und wie denn? Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Wir müssen ja arbeiten hier. Geld verdienen für unsere Familie. Wir brauchen Papiere bitte. Was möchten sie hier? Transit. Aha, wie lange? Einige Tage. Okay. Diskrepanz. Einige Wochen, ja gut. So, hier. Laura Ballantine. Stimmt soweit? 24.11. Ah. I'm sorry. I'm sorry. Abgelaufen. Davon rede ich. Ich weiß das Spiel macht echt Spaß. Ich weiß nicht warum, aber es ist voll geil. Äh. Transit. Ja, wie lange? 14 Tage. Das stimmt soweit. 17.12. Stimmt auch. Der ist auch noch gültig. San Romero müsste es geben. Mal kurz gucken. Wo bekommst du den Orbis zu haben. Guck mal in der Schau. Gefälschter Pass. Der hat gehört. Eingesperrt. 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 Gefälschten Pass dabei. Den muss ich noch einsperren. Die dann nicht. Na, morgen Papiere bitte. Ja. Ok. Echt falsch, ne. Merk. Ehh Einmaler Ohne, das war für heute schon soweit, aber Kollege Brauchen Pass Ohne Pass kannst du dir irgendwie rein Guten Morgen Papiere bitte Wundfieber einseit Transit wie lange Zwei Tage, das stimmt 22.12, das stimmt auch Amelia Friedheim Weiblich Choristerstadt existiert Das ist auch das richtige Logo Alles klar Huch Ah, es hängt das hier Stimmt soweit Guten Morgen Papiere bitte Papiere Papiere Der besticht mich Das echte Minister würde mich glaube ich nicht bestichen Bin ich mir eigentlich relativ sicher Guten Morgen Ein Arbeit Ja, wie lange Ein paar Monate Ein paar Monate, ja gut Das stimmt nicht überein Das ist gefälscht Und Fälscher müssen festgenommen werden Und Fälscher müssen festgenommen werden Unfassbar Morgen Und Fälscher Und Fälscher Und Fälscher Und Fälscher 83 Das Bild Stimmt auch 173 53 Kilo Stimmt, stimmt Jack Scorman Und Okay Okay Die ist weiblich Okay Tracks Tracks Für mich eher männlich irgendwo Tracks Das spielt klar Kann man auch Ich hoffe noch Dann wollen wir das spielen Transit Huch Wie lange? Zwei Wochen Das stimmt 22.82 Das geht auch noch klar Die Nummer stimmt auch Das Bild stimmt auch 43 23 Simski Gombrow Simski Gombrow Shingelton Warte Ich sag ja Ich sag ja Ich weiß gar nicht welchen Fehlerstund wir aktuell haben Transit Transit Zwei Tage Ja Hast du 19.12 Das stimmt Stimmt auch Welt stimmt auch Republium Leserandi Gibt es Gut Jordan Dann brauche ich einmal ihre Fingerabdrücke Kein Alias bekannt Drei 2 Zwei Marik Bruno 3 2 1 2 2 2 St 2 2 2 2 So, so. Kann ich. Lass ich verhaften. Das ist ein 10 Dollar Bonus schon mal für mich. Aber das ist eine Währung hier ist. Morgenpapier wurde. So, wie lange? 60 Tage sind 2 Monate, 13 bis 12, das stimmt auch. Das stimmt auch. Mikael Smart, auch stimmt. Äh, dann sieht das soweit okay aus. 83, kommt aus Republiam. Aus Glorian Major, das gibt es auch. Männlich, das Bild stimmt, das ist aufgelaufen. Viel Spaß. 6 Freunde. Ja, sehr gut, kein Fehler. Alter, 65. Da haben wir auch nicht Geld gekriegt heute. Aber von mir geht es auch soweit ganz gut. Kolachien räumt auf. Innere Machtkämpfe. Dutzend aufgrund gefälschte Weise. Spurlos verschwommen. 2. Dezember 1982. Äh, was das gerne im Suche stattnimmt. Jawohl. Ein Büchlein hier, ne? Bin ich stolz drauf. Aber jetzt wird es schön sauber. Unnötig das Gewicht zu erahnen. Guten Morgen, Sir. Ja, das bin ich, Sir. Das ist sehr schön. Ich versichere Ihnen, das war ein einmaliger Fehler. Alles klar. Alles klar. Natürlich nicht, Sir. Das lebe auch, Trotzka. Puh, Chefbesuch überstanden. Guten Morgen. Zweck. Wie lange? Zwei Tage. Das stimmt. Terripolar. Noah stimmt auch. Das Bild stimmt auch. Einweist der Zwölfte stimmt auch. Karte der Region. Orbeistan. Fuck you. Das war gefälscht. Und das können. Achso. Ha. Können nicht durchgehen lassen. Ja, wie lange? Zwei Tage. Das stimmt. 3282 Stimmen. Dieses Dokument ist nicht richtig. Dieses Dokument ist für jemand anderes, das heißt geklaut oder gefälscht. Ich waffe dir alle. Morgen. Besuch, wie lange? 30 Tage im Monat, ja, Kollege. Ihr Pass. Doch, bist du. Mein Gott. Jetzt die Leine. Nein, jetzt... Jetzt die Leine. Das passiert, wenn ihr nicht spurt, Freunde, ne? Hier läuft alles nach Vorschrift ab. Grundführer, Einreise, Besuch. 14 Tage. Ähm... Man. Das stimmt also nicht. 12 Wochen, 3 Monate, naja. Hier... Orlova, Alexandra, die Nummer stimmt war ein. Westkristin gibt es auch. Ja, passen so ein bisschen auf, ne? Guten Morgen. Männlich-Paradiesner. Landyformer. Gibt es aber... Okay, der ist sauber. 1,950 stimmt aber. 14,53. Paradiesner gibt es auch. Lenniformer gibt es auch. Das Bild sagt, mit dem ist alles gut. Lenniformer gibt es auch. Lenniformer gibt es auch. Anzeigen. Ehe. Und Lenniformer gibt es auch. 3,885. Lenniformer gibt es auch. Vier. Ab nennen. Hinten Steven Lavier Arztotzka darf rein Ja Fingerabdrücke bitte Wir haben hier eindeutig ein Problem Es sind keine Fingerabdrücke Nein Habe ich was Ja was kenne ich doch über ein Duo Mikael Saratov Zwei Monate Ja das ist ja schön Aber Ich brauche eine Einreise Huch Da tut mir dann sehr leid Aber dann können sie hier nicht reisen Das kommt mal beiseite Tut mir leid Er hat keine Einreise genommen Er kommt hier nie rein Wundach 86 kg 1,63 Köpferusse stimmend ungefähr Bild kommt hin Riede Antilla Ostcrestin 84 Wosenfeld 1,63 1,63 1,63 Distrikt Das war doch Bosenfeld 1,63 1,63 Hä? Steht gar nicht Steht gar nicht Egal Kumpel Hass Hass Bitte Kollachen Tor Halt hier Tor Ne Halt hier Doch Arbeit Arbeit Ein Jahr 1,26 12 Die Nummer stimmt Alt hier Tor 1,64 Kolachien Lokorstadt gibt es Wosenfeld gab es doch Hä? Einwandern Einwandern Stär Bis zum 14.12 Und das ist auch noch so weit Okay, Yugi Jonas Koska Alles klar Jokostadt Hab ich grad gecheckt Ja, tut mir leid Das ist so wenig abgelaufen Dass du hier nicht rein darfst Eureihe Eureihe Guten Tag Und? Eureihe 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 Das stimmt so nicht Eureihe 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 Transit ja Anna Franka Die Nummer stimmt aber Guuut 1,62 2,82 Das rein Antegion Kommst du her Sieht so weit okay aus Eureihe Eureihe Morgen um 6 bis 0,00 Baa 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 Wieder gut verdient Antegion Spioniert eigenes Volk aus Geheimnis Ferrer Tochterflucht Diebstähle Ministerium für Grenzschutz Kaum Auswirkungen Wenige Gegenstände wendet Was heißt denn das jetzt? Unser Ministerium wurde ausgeraubt Fuck 3.12.1982 Inspektor Durch einen Einbruch beim Ministerium für Grenzschutz Sind unter Umständen Siegel und Stempel abhanden gekommen Ich freu mich schon Das ist mir grad egal Es wurde nicht zu einer Bedeutung gewendet Doch Geheimdienstberichte zu folgen Sind Fälscher bereits dabei Offizielle arztrozyganische Dokumente zu fälschen Bitte wenden Fälschungen Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Die Bank über guldige Siegel verfügen Korrelieren Sie fehlende oder falsche Siegel mit entsprechenden Absätzen Es gibt viele Dokumenten in Ihrer Vorschriften Jawohl Jetzt wird's kompliziert sein Ehm Ehm Guten Tag Besuch wie lange 60 Tage sind 2 Monate 18.12. Das stimmt Isaac Gorbic Was? Fuck you Den hast du auf jeden Fall nicht beim offiziellen Äh Das heißt Selbst wenn er nicht davon wusste Er weiß wo er hängt Ach unser Freund Guten Morgen Ja Juri Kostaba Obistan aus Skarl Das stimmt so weit Der kann da jetzt nicht reinkommen Da muss ja irgendwas falsch mit sein Moment Stimmt Wo muss ich denn jetzt Kostaba Juri Wann weiß ich Männlichst Es ist egal Läuft auch noch nicht ab Nummer Stundeuhr ein Name Stundeuhr ein Ich fürchte Ich muss den reinlassen Es ist nicht Halt Ja ich steh mit Es ist weg Transitverkehr wie lange Es ist jemand anderes ja so kommst du hier in poor enkyo stimmt soweit 84 weiblich bild stimmt nummer stimmt überein gut das sieht soweit p aus komm nächster hi kollega morgen 5 für alle zwei personen und spaß ich buchte hier alles ein was geht meine fresse morgen ich brauche hier einen ausweis ja 60 kilo 1,1 sicht das kommt wohl hin das bild stimmt überein verringt marija 50 weiblich 60 kilogramm komm hier irgendetwas anlassen so vestilo jetzt ganz genau so stimmt das kann so ein ja Orvash gibt es auch wenn ihr es nicht rein darf riechen anfangen das 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 geht wie lange 60 tage das wunderschöne ja wiedersehen der orden keine ahnung was du willst ach der hier wäre mir doch egal ich höre mich hier meine vorschriften junge 62 kilo 1,74 groß bild stimmt lane alexei plexia zwei haare haben das glaubst du doch selber nicht der ist falsch ja du hast den falschen passen mädel das heißt der muss schon gut fälscht haben kann ich ja nicht ändern ja wie lange paar Monate ja Moment ah fuck you sie müssen einfach fragen beantworten keine sorge ganz alles gut was willst du denn jetzt Alter Junge f*** dich doch ich führe mich ja an vore ich bin stolzer Bürgerast trotz gas und ich schütze meine Grenze also f*** dich aieieiei arbeiten wie lange 12 Wochen sind 3 Monate Conway Lay ja stimmt die nochmal die stimmt dann darfst du auch einreisen direkt mal aber das stimmt auch das ist soweit ok das aber nicht dauert nur kurz sie müssen einfach Fragen beantworten ich buchte hier alles gnadenlos ein was irgendwelche gefälschten Sachen bei sich hat guten Tag Arbeit 12 Wochen 12 Wochen sind 3 Monate 13.12 da du laufst noch rein boah Entschuldigung äh den Namen prüfe ich jetzt mal so halt geht besser die Nummer stimmt auch dann brauche ich mal kurz stimmt stimmt er ist dann 9.82 wie lange will die arbeiten? 3 Monate ah f*** you Moment was? die will 3 Monate arbeiten ach bis zum 1.9.82 ist schon lange durch ja äh wiedersehen ach so ich nehme von denen kein Geld an ich nehme von denen kein Geld an so das war es aber auch wieder für diese Folge ja ich bin ich bin nicht bestechlich ich bin ein stolzer Blogger sonst krass wenn wir das nochmal spielen können wir aber E-Six-Way-Folge ich weiß es nicht auf jeden Fall jetzt erstmal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal tschüss